Beginnen wir mit einer Vorhersage. Deutschland wird auf längere Zeit keine handlungsfähige Regierung bekommen. Dies ist kein abwegiges Szenario. Hürden auf dem Weg zu einer Einigung gibt es eine Menge. Die Wahl in Niedersachsen Mitte Oktober, der schwelende Richtungs- und Führungsstreit innerhalb der Unionsparteien, die tiefen inhaltlichen Differenzen zwischen den potenziellen Partnern einer Jamaika-Koalition, gut möglich, dass auf Monate keine neue Kanzlermehrheit steht, und deshalb nur eine geschäftsführende Regierung im Amt ist. Aber wäre das eigentlich schlimm? Womöglich ist eine Phase der deutschen Lähmung gar keine schlechte Sache. Vielleicht ist es ganz gut, wenn mal nicht so viel regiert wird. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik jedenfalls ist ruhiges Kurshalten manchmal besser als ständige hektische Korrekturen. Chronische Reformeritis kann eine Gesellschaft auch Kiere machen.